Ich glaube, am Ende des Jahres bin ich schon nur noch fluchen. Man muss die ganze Arbeit mitmachen. Ja, ja, ja. Selbst wenn sie die neuen Einarbeitung, kommt ja auch noch zu. Dann bist du halt Neuabend. Frankfurter Chef hat auf jeden Fall alle Ideen und Vorstellungen seit Banken abgelegt. Der neue Chef? Nee, der alte. Nach Frankfurt, der Oberbosch. Was für Vorstellungen abgelegt? Meine Kollegen haben sich sehr viel Mühe gemacht und haben Vorschläge gemacht, wer denn jetzt hier die Teamleitung, weil der ist leider auch direkt davor gesetzt, aber das ist auch am Ende des Jahres weg. Wenn er übernehmen kann, ist das schon so. Das ist doch hier keine demokratische Abstimmung. Ich entscheide, wer das wird. Dann sagen sie doch mal. Ja, ja. Dann lassen sie so erst mal mehr entsteht das Wasser. Ja, ja. Das habt ihr jetzt schon seit drei Minuten. Also ich nenne da mal mit irgendwas in die Ecke, kommt dann auch noch ein paar. Mhm. Ist dem das egal? Ist dem das egal? Ich will auch in die Mitte.